Nicht nur ich werde älter, auch meine Eltern werden älter. Das ist immer ein bisschen komisch, wenn die Eltern älter werden. Weil du willst ja mal Sachen erben von deinen Eltern. Und ich merke, je älter meine Eltern werden, desto mehr sind die Sachen, die ich ihnen schenke. Sachen, die auch mir ganz gut gefallen könnten. In meinem Haushalt. So, hey Papa, ich weiß, du sitzt im Rollstuhl und du sammelst Briefmarken. Aber hier ist ein Mountainbike! So, hey Papa, ich weiß, du sitzt im Rollstuhl.